Die Sprache ist ja etwas Wunderbares. In der Bibel steht, dass die Sprache von Gott geschaffen worden ist. Und dennoch stellt sie Gott uns zur Verfügung, dass wir sie kreativ gebrauchen und vor allem nutzen für die Kommunikation. Auch Gott selbst benutzt die Sprache, um mit uns zu kommunizieren. Und die Sprache hat aber eine Eigenschaft, dass sie nicht so präzise ist, wie zum Beispiel die Mathematik. In der Mathematik sind die Ausdrücke sehr eindeutig. Was am einen Ende der Gleichung steht, entspricht genau dem, was auf der anderen Seite steht. Und in unserer Sprache brauchen wir oft eine Definition für Begriffe. Besonders wer zwei oder mehr Sprachen beherrscht, der wird wissen, dass es gar nicht so leicht ist, Begriffe zu übersetzen. Deswegen ein Dank an dieser Stelle an unsere Dolmetscher hier im Gottesdienst. Im letzten Wahlkampf zur Bundestagswahl haben ja fast alle Parteien damit geworben, dass sie für soziale Gerechtigkeit sorgen wollen. Das ist ja ein gutes Anliegen. Wir sind ja alle für Gerechtigkeit. Und doch versteht jede Partei etwas ganz anderes darunter. Und so merken wir, dass die Begriffe erklärt werden müssen, was damit gemeint ist. Und gerade in letzter Zeit prägt ja der Begriff Vielfalt viele unserer Medien und unserer Betriebe, wo wir arbeiten. Auch dieser Begriff ist ja etwas Gutes, ein guter Begriff. Gott selbst sorgt für die meiste Vielfalt in seiner Schöpfung. Wenn wir nur anschauen in der Natur, all die Blumen, die Bäume, die Tiere, aber auch wir Menschen. Es ist einfach wunderbar, wie vielfältig Gott uns gemacht hat. Auch die Gaben und die Aufgaben, die Gott verteilt, sind einfach so vielfältig und alle unterschiedlich. Ihm sei die Ehre dafür. Wenn wir jedoch einen gesellschaftlichen Begriff für Vielfalt anschauen, dann merken wir, dass die Gesellschaft etwas anderes darunter versteht. Oder nehmen wir einmal die viel diskutierte Kapitänsbinde der deutschen Fußballmannschaft an. Dort sollte ja One Love stehen, also eine Liebe. Was haben die damit gemeint? Ich möchte heute bei dem Begriff Liebe stehen bleiben und diesen etwas näher beleuchten. Immerhin besteht ja das größte Gebot Gottes darin, seinen Nächsten zu lieben oder auch Gott zu lieben. Und wenn wir aber anschauen, was alles unter dem Begriff Liebe so gebraucht wird, dann ist es für uns ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir genau verstehen, was Gott damit meint. Und dazu habe ich einen Ausschnitt aus der Bergpredigt mir ausgesucht. Das ist nämlich Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Ich lese den Text einmal vor. Dort steht, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tut nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut die Besonderes? Tut nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was bei uns unter Bergpredigt bekannt ist, ist eine sehr wertvolle Lehre Jesu für seine Jünger. Der Herr Jesus hat ja ganz auf verschiedene Art und Weisen gepredigt und gelehrt. Er hat zum Beispiel in der Synagoge aus der Schrift vorgelesen und gelehrt. Dann hat er auf den Straßen gelehrt, alle Menschen, die es hören sollen. Und der Herr hat besonders in der zweiten Hälfte seiner Wirkzeit hier auf der Erde in Gleichnissen gelehrt. Aber hier lehrt der Herr Jesus seine Jünger. Also Menschen, die bereits zu ihm gehören. Und er lehrt es direkt und konkret. Und gerade die Bergpredigt dient dazu, die allgemein verbreitete falsche Vorstellung von Gott zu korrigieren. Die falsche Lehre richtig zu stellen. Sie soll den Jüngern dieses Umdenken ermöglichen, was Gott ja von uns allen fordert. Was wir alle brauchen. Das Umdenken, das richtige Denken. Und da sieht man besonders zu Beginn des Abschnittes. Dort steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und hier erkennen wir schon, dass die Menschen damals genau, genau wie wir heute im Prinzip, nicht genau verstanden haben, was lieben heißt. Gott hat in seinem Wort gesagt, liebe deinen Nächsten. Und der Mensch fügt hinzu, hasse deinen Feind. In der ganzen Bergpredigt geht der Herr Jesus auf die falschen Lehren ein, die überliefert worden sind. Wir müssen verstehen oder wir müssen wissen, dass zu der Zeit Jesu, dem Mischner, das ist eine Art Kommentar oder eine Hilfestellung, um das Wort Gottes zu verstehen, das wurde damals zum überlieferten Wort Gottes, zum mündlich überlieferten Wort Gottes erklärt. Und genau da entsteht ja das Problem. Wo Menschen das Wort Gottes ersetzen oder ergänzen, da gibt es auch die größten Abweichungen. Und so sind die meisten Sekten entstanden. Aber auch die Irrlehren der großen Kirchen sind genau so entstanden. Die evangelische Kirche ersetzt die Worte Gottes durch neue Erkenntnisse, wie sie sagen, und die katholische Kirche ergänzt die Worte Gottes durch Aussagen der Piepste. Beides führt im Prinzip zum Abfall vom Glauben, zur Abkehr. Die falschen Lehren und der falsche Glaube verfestigen sich in den Köpfen, je öfter sie wiederholt werden. Und die Essener, das ist so eine Sekte, eine Gruppe, die die Schriftrollen vom Toten mehr aufbewahrt haben. Vielleicht ist das so die Verbindung. Die haben zum Beispiel gelehrt, dass man nur die Menschen aus der eigenen Gruppe, aus der eigenen Sekte lieben soll. Alle anderen sollte man hassen. Und die Pharisäer, die hatten so eine mehrstufige Unterscheidung, wen man lieben und wen man hassen soll und wie stark man lieben soll. Ja, ganz am Ende dieser Kette waren natürlich die Heiden. Ja, die müsste man hassen. Aber auch die eigenen Volkgenossen, die wurden dann in mehreren Kategorien unterteilt. Einmal die Nichtgläubigen, einmal die Falschgläubigen und die Rechtgläubigen. Im Prinzip hatten jedoch alle eine ähnliche Vorstellung von Liebe deinen Nächsten. Man solle den lieben, der einem näher ist. Man soll den lieben, der einem sympathisch ist. Man soll den lieben, von dem man einen Vorteil erwartet. Oder zumindest von dem man Respekt oder Anerkennung erwartet oder Bewunderung. Aber auch in unserer Gesellschaft findet man unter Nächstenliebe teilweise ganz abwegige Aussagen. So hat für ein paar Tage die Vorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands gesagt, dass Waffenlieferungen in die Ukraine Nächstenliebe sei. In den vergangenen zwei Jahren hat man Nächstenliebe daran festgemacht, ob jemand eine Maske trägt oder nicht. Man hat daran festgemacht, ob jemand zum angeblichen Schutz eines anderen sich einer medizinischen Behandlung unterzieht oder nicht. Immer wenn jemand vermeintlich einen Vorteil ziehen will oder die Christen zu irgendwas bewegen will, dann wird mit Nächstenliebe argumentiert. Für uns Christen sollte es jedoch gelten, dass Gott uns seinen Willen mitgibt. Und dass Gott seinen Willen kundtut und definiert, was er darunter meint. Immer wieder sagt der Herr Jesu in der Bergpredigt, Ich aber sage euch, und so auch hier in Vers 44, dort steht, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Der Herr Jesus stellt das, was die Gesellschaft unter Liebe versteht und verstanden hat, komplett auf den Kopf. Wir verstehen unter Liebe etwas Schönes, etwas Angenehmes, etwas, was uns gut tut, etwas, wovon wir profitieren. Aber Feinde zur Liebe und Gutes tun denen, die uns verfolgen, das so Liebe sei? Wisst ihr, ich habe mich manchmal gefragt, warum das Neue Testament in Griechisch geschrieben worden ist. Ich meine, die Jünger und Jesus, die haben ja Hebräisch oder Aramäisch gesprochen. Ja, Griechisch wurde wohl von den meisten zu der Zeit verstanden. Aber die griechische Sprache war auf dem Rückzug. Latein war auf dem Vormarsch durch das Römische Reich und sollte für die nächsten Jahrhunderte die vorherrschende Sprache sein. Selbst bis ins letzte Jahrhundert war das die Sprache der Akademiker, in der wissenschaftliche Arbeit verfasst worden sind. Und das wusste Gott. Es war ja Gott nicht unbekannt. Natürlich werde ich hier jetzt keine abschließende, allgemeingültige Antwort geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es um das Wort Liebe geht. Im Griechischen kennt man nämlich unterschiedliche Worte für Liebe. Die Meistgebrauchten waren zum einen der Begriff Phileo. Das ist eine Liebe zu Dingen oder Menschen, die einem vom Vorteil sind. Zum Beispiel liebt man einen Freund, weil der Freund mich selber auch liebt. Und wir helfen einander, unterstützen einander. Oder man liebt die Weisheit. Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Warum? Weil die Weisheit mich klug macht und mich klug erscheinen lässt. Der zweite Begriff ist Eros. Dieser Begriff drückt ganz speziell die zwischengeschlechtliche Anziehungskraft aus. Dieser Begriff beschreibt dieses Bedürfnis und das Verlangen nach körperlicher Nähe. Und wir kennen im Deutschen diesen Begriff auch. Das wird in der Erotik genannt. Als in der Artikel jüdische Gelehrte die Bibel übersetzt haben, einige Jahrhunderte bevor Christus kam, da haben die Menschen nach einem Wort gesucht, das die Liebe Gottes zu uns Menschen beschreibt. Gott braucht uns Menschen nicht. Er hat keinen Vorteil von uns. Und erotisch ist diese Liebe auch nicht. Gott liebt nämlich einseitig und hingebungsvoll. Da sieht man zum Beispiel in den Bündnissen mit den Erzvätern. Gott ist es derjenige, der segnet. Gott ist es, der gibt. Gott ist es, der beschenkt und verspricht. Die Übersetzer haben daraufhin ein griechisches Wort genommen, das im Griechischen selten Anwendung findet. So ein fades Wort, das nicht eindeutig belegt war. Das war das Wort Agapau. Das haben sie für die Liebe Gottes verwendet. Und so haben die Übersetzer der Bibel im Prinzip das Wort Agapau oder Agape ist für uns besser bekannt, als die Liebe Gottes definiert. Und das ist die Liebe, die Gott uns gebietet. Diese Liebe kann man nämlich gebieten und verlangen. Wenn die Liebe ein Gefühl wäre, könnte man dieses nicht gebieten. Gefühle kommen und gehen. Gefühle ergeben sich aus Situationen. Aber Agape-Liebe, diese kann man befehlen. Und das ist der Grund, warum der Herr Jesus hier sagen kann, liebt eure Feinde. Der Herr Jesus befiehlt mir nicht, dass ich gute Gefühle meinen Feinden gegenüber habe. Das kann ich nicht. Ich habe ja noch nicht mal immer gute Gefühle meinen Kindern oder meiner Frau gegenüber. Was kann ich aber meinem Feind tun? Der Herr Jesus ergänzt diesen Satz mit und betet für die, die euch verfolgen. Hier sind die Feinde nicht nur theoretisch gemeint, nicht nur irgendwelche Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind als ich, sondern da sind konkret die Menschen, die mich verfolgen, konkret die Menschen, die mir Knüppel zwischen die Beine werfen. Und bevor ich jetzt anfange zu erklären, was der Herr Jesus von uns verlangt, gehe ich zunächst auf den Grund dafür ein, den der Herr Jesus uns hier nennt. Den sehen wir in Vers 45. Dort steht, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wohlgemerkt, die Bergpredige richtet sich an seine Jünger. Und er will, dass wir Nachahmer Gottes sind. Und das ist nichts Neues im Prinzip. Schon zu den Israeliten sagte Gott, seid heilig, denn ich bin heilig. Und Gott möchte, dass wir das Ebenbild seines Sohnes, dass wir in das Ebenbild seines Sohnes verwandelt werden. Das ist im Prinzip das, was Gott von Anfang an mit uns Menschen vorhatte. Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich, sagte Gott bei der Schöpfung der Menschen. Der Mensch sollte gottähnlich sein, doch durch die Sünde haben wir viel dieser Gottähnlichkeit eingebüßt. Und so sagt der Herr Jesus, der ja das Ziel seines Vaters verfolgt, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Und wie ist der Vater? Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Was sagt uns diese Stelle? Was hat das mit Liebe zu tun? Im alten Israel wusste man noch ganz genau, wie das eigene Überleben von Sonnenschein und Regen abhängen. Ich glaube, nur die Sozialisten in der früheren DDR konnten überheblich singen, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Unser aller Überleben hängt von der Gnade und Güte Gottes ab. Er gibt den Sonnenschein und den so wichtigen Regen. Uns ist dieses Denken abhandengekommen, wie ernst es ist, wenn es mal zu viel oder zu wenig geregnet hat. Wir gehen ja in den Supermarkt und uns ist meistens egal, ob das Mehl, das wir kaufen, vielleicht um die ganze Welt transportiert worden ist. Aber für die Landwirte ist das von essentieller Bedeutung, ob es regnet oder nicht. Und so zeigt uns der Herr Jesus anhand eines simplen Beispiels, wie Gott ohne Ansehen der Person allen Menschen Gutes tut und für sie sorgt. Er sorgt dafür, dass wir alle überleben können. Das ist das Beispiel für Liebe. Es geht nicht um Gottes Vorteil an dieser Stelle. Es geht auch nicht um gute Gefühle. Es geht darum, was wir brauchen, was wir zum Leben brauchen. Wir sollen also an dieser Stelle Gott nachahmen. Was war denn der größte Liebesbeweis Gottes? Wir haben das heute schon früh gehört. Natürlich. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Matthäus 3, Vers 16. Und noch einmal frage ich, hatte Gott dabei gute Gefühle? War es etwas Angenehmes, als der Herr Jesus am Kreuz hing? Es war ein großer Schmerz damit verbunden. Es war ein wirklich großes Opfer, das Gott auf Golgatha gebracht hatte. Der Druck auf den Herrn Jesus war so groß, dass er kurz vor der Kreuzung im Garten Gethsemane Blutsch geschwitzt hat und dreimal zum Vater gebeten hatte, wenn es nur möglich ist, ob dieser Kelch an ihm vorüber ginge. Und es war nicht möglich. Und das ist wirkliche Liebe. Das ist die Liebe, die wir nachahmen sollen. Weil das der einzige Weg war, auch das haben wir heute früh gehört, weil das der einzige Weg war, dass wir überhaupt leben können, hat Gott das getan. Gott hat uns seine Liebe bewiesen, indem er uns genau das gab, was wir brauchen, um zu leben. Und das geht sogar noch weiter. Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 5, Vers 10, als wir Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Das ist die Feindesliebe Gottes, die uns hier der Herr Jesus mitgibt und die er von seinen Jüngern fordert. Der natürliche Mensch will nichts mit Gott zu tun haben. Der Mensch will selbst Gott sein. Er will selbst Bedeutung haben. Der Mensch will selbst bestimmen, was gut und was böse ist. Und das macht uns zu Gottes Feinden. Ich möchte an dieser Stelle zusammenfassen, bevor wir dann zu den nächsten Versen kommen. Wir sehen, zu lieben, wie Gott liebt, heißt demnach, das dem Nächsten zu tun, was dieser wirklich benötigt. Und das gilt selbst für Feinde. Der Nächste ist jeder, der in meiner Nähe, in meiner unmittelbaren Nähe ist, unabhängig davon, ob ich ihn sympathisch finde oder nicht. Selbst ein Feind, der mich verfolgt, ist dein Nächster. Und der letzte Punkt, die Liebe hat nichts mit Gefühlen zu tun, die ich dabei empfinde. Vielleicht können wir jetzt auch ein bisschen besser verstehen, was es heißt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Es gibt in der Bibel viele Beispiele dafür, die uns Gott mitgibt. So lesen wir zum Beispiel in Sprüche 25, 21. Dort steht, wenn dein Hasser Hunger hat, gib ihm Brot zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. Wir sehen, dass Feindesliebe nicht erst im Neuen Testament zu uns kam. Oder besonders für Männer wichtig, es schreibt Paulus im Brief an die Epheser, Kapitel 5, Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Auch hier wird uns Jesus Christus als Vorbild hingestellt, als Beispiel gegeben. Aber Paulus wird auch konkreter, damit wir nicht etwa meinen, dass wir schon unsere Frauen lieben, wenn wir bereit sind, in den Tod für sie zu gehen. Theoretisch, hypothetisch. Sondern Paulus wird ganz konkret in den Versen 28 bis 29. Dort steht, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Nun, diese Verse auszulegen wäre jetzt eine Predigt an sich, aber ich möchte das Augenmerk auf die sehr praktischen Begriffe lenken, die hier genannt sind. Und zwar, er nährt und pflegt es. Es geht um das Alltägliche. Die Liebe wird gezeigt, indem man sich um die wahren Bedürfnisse des Nächsten kümmert. Ein weiteres einleuchtendes Beispiel, ich werde das jetzt hier nicht zeigen und nicht nah darauf eingehen, aber das ist ein Beispiel vom barmherzigen Samariter, wer das nachlesen möchte, in Lukas 10, ab Vers 25. Und die Geschichte sollte ja soweit bekannt sein. Aber der Samariter hat sich um die Wunden eines geschlagenen, überfallenen und liegen gelassenen Menschen gekümmert. Auch hier gab es keine schönen Gefühle, die er dabei hatte. Doch war es eine Liebestat, wie sie Gott gefällt. Die Frage stellt sich aber, wozu das Ganze? Wo bleiben da die Freude? Wo bleiben die Gefühle? Auch darauf gibt uns der Herr Jesus in der Bergpredigt eine Antwort. In den Versen 46 und 47 steht, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Hier vergleicht der Herr Jesus das Verständnis von Liebe, wie es in der Welt vorherrscht, mit dem, was wie Gott es meint. Zu lieben, wer einem sympathisch ist, wer einem wohlgesonnen ist, das ist nichts Besonderes. Gott will jedoch das Besondere. Er will, dass wir lieben, wie er liebt. Ein kleines Wort in diesen Versen können wir vielleicht schnell übersehen. Das Wort Lohn. Wir sprechen nicht gern darüber. Aber welchen Lohn habt ihr, fragt der Herr Jesus. Es gibt also einen Lohn, wenn wir lieben, wie Gott liebt. Der Lohn der Nachfolge ist ein wichtiges Thema der Bibel. Auch das wäre jetzt eine komplette Predigt an sich, aber vielleicht zu viel vorweg. Viktor hat ja die Bibelstunde erwähnt. Und dort werden wir bald, wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, in Kapitel 11 ankommen. Bei der siebten Posaune. Und dort wird gesagt, ich kürze das ein bisschen, aber dort wird gesagt, und die Zeit ist gekommen, dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Ja, das ist ein Aspekt. Es erwartet ein großer Lohn alle, die sich zu Gott bekennen, die Gott fürchten, die Gott lieben, die seine Gebote halten. Bleibt nur noch die Frage, nach der Freude. Gibt es denn in der Liebe keine Freude? Selbstverständlich gibt es Freude. Meistens folgt die Freude direkt auf die Liebestat. Wenn man etwas Gutes mit der richtigen Einstellung tut, bekommt man auch die Freude darüber. Ohne Frage. Die Gefühle sind Gott wichtig. Ich möchte hier nicht missverstanden werden. Die Gefühle sind uns von Gott gegeben. Das gehört zu unserem Menschsein, aber das gehört auch zu unserer Ähnlichkeit zu Gott. Auch Gott selber hat Gefühle. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Aber die Liebe, wie sie Gott fordert, ist eben kein Gefühl. Denn die Gefühle sollen nicht unser Antrieb sein. Gefühle können kommen und gehen. Sie sind situationsabhängig. Vor nicht allzu langer Zeit hat eine Bekannte meiner Frau gesagt, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lässt. Auf die Frage nach dem Warum hat sie gesagt, sie empfinde keine Liebe mehr für ihn. Versteht ihr das Dilemma? Ausgehend von Gefühlen wird hier von Liebe gesprochen und von einer weitreichenden Entscheidung. Mindestens vier Menschen sind dann unmittelbar davon betroffen, denn die beiden haben zwei Kinder. Wenn es nach Gefühlen gingen, könnte keiner von uns hier sicher sein, dass der Ehepartner sein Eheversprechen auch hält. Liebe ist eine Entscheidung. Es ist eine Hingabe. Es ist Arbeit. Es ist Anstrengung damit verbunden. Dann gibt es aber auch Freude, die wir empfinden können. Nicht anders war es bei dem Herrn Jesus. Im Hebräerbrief steht, und zwar lese ich aus Hebräer 12, Vers 2, dort steht, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldet. Auch der Herr Jesus wusste von der zukünftigen Freude, die sein Liebeswerk mit sich bringen würde. Deswegen ging er ans Kreuz, deswegen gab er sein Leben. Und das ist der Grund, warum wir jeden Monat dieses Abendmahl feiern. Es ist eine Freude für uns, weil wir durch diese Tat, durch den Tod Jesu, durch sein vergossenes Blut, Leben haben und zu Kindern Gottes geworden sind. damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist eine Freude im Himmel, sagt die Bibel, über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut. Es ist diese Freude, an die der Herr Jesus dachte, als er ans Kreuz ging. Und der Herr Jesus möchte, dass auch wir diese Freude schon vorab sehen, dass wir sie kennen und deswegen auch so handeln, wie er uns das Beispiel gegeben hat. Der letzte Satz in diesem Zusammenhang, der Bergpredigt, lautet im Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und das ist ein hoher Anspruch, den der Herr Jesus hier an seine Jünger stellt. Das ist der Anspruch, den Gott an sein Volk stellt. Ja, ihr erinnert euch, seid heilig, denn ich bin heilig. Wer kann diesem Anspruch gerecht werden? Können wir vielleicht die Latte etwas tiefer hängen? Nein, das ist ausgeschlossen. Der Herr Jesus hat in seiner Bergpredigt, als es um das Gesetz ging, auch Folgendes gesagt, ich lese ab Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen, denn wahrlich sage ich euch, bis der Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotter oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. und das Gebot der Liebe ist der Gipfel und nicht umsonst das größte und höchste Gebot. Für einen natürlichen Menschen ist es unmöglich, dieses zu erfüllen. Aber wie kann dann der Herr Jesus das von uns verlangen? Er kann es verlangen, weil es seine Liebe ist, die uns dabei hilft. Paulus schreibt an die Römer in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nur diese Liebe Gottes macht es möglich, dass wir es gleich machen und dass wir es Gott gleich machen und auch so lieben. Das heißt aber nicht, dass es ein Selbstläufer ist, dass es von alleine klappt. Nach wie vor ist es eine Entscheidung. Nach wie vor ist es eine Arbeit. Es ist eine Hingabe. Nur bin ich als Kind Gottes damit nicht allein gelassen. Jeden Tag wende ich den Fleiß an, zu lieben, wie Gott liebt. Jeden Tag bete ich dafür, das so tun zu können, wie Gott es tut. Und jeden Tag gibt es auch siegreiche Momente, über die ich mich freue, aber auch Momente, in denen ich versage. Und dann komme ich zu meinem Herrn und bekenne meine Schuld und erbitte aufs Neue von ihm, dass er mir helfen möge. Der Herr Jesus will nicht, dass wir nach den Standards, nach den Richtlinien dieser Welt leben. Er will nicht, dass wir genauso handeln, wie alle Menschen um uns herum handeln. nur weil er so tut, muss ich das nicht so tun. Der Herr will, dass wir Gottes Standards befolgen, dass wir trotz des Unrechts, was wir vielleicht erleiden, Gutes tun. Er will, dass wir den Wunsch haben, dass auch die Menschen gerettet werden, die vielleicht unsere Feinde sind, die uns Böses wollen. der Herr will, dass wir stets die Freude vor Augen haben, die wir eins in der Ewigkeit erleben werden, mit all den Menschen, die er aus Gnade gerettet hat. Und dass wir bereit sind, hier auf der Erde, wenn es sein muss, auch auf unser Recht zu verzichten. Der Herr Jesus sagt zu dir persönlich, du nun sollst vollkommen sein, wie dein himmlischer Vater vollkommen ist. Amen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020